Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ja, und wie versprochen geht es im neuen Jahr los mit den Nebenmissionen von Episode 1. Und für diesen Zweck habe ich auch den geführten Modus aktiviert, da die Nebenmissionen manchmal etwas schwer aufzufinden sind. Dann fangen wir mal an mit dem Einsatz des einen Hölle. Dein Problem? Vielleicht. Unser Freund Samuel ist verschwunden. Ein Selbstversorger? Ja. Nur, dass er beschlossen hat, lieber allein zu leben. Kein großer Verlust, wenn Sie mich fragen. Er fängt gern sein eigenes Essen. Bringt ihn näher zur Natur, oder so. Was an Fleisch und Fell übrig bleibt, gibt er dem Camp. Er will nie was dafür. Verstehe ich nicht. Klingt doch so, als käme er ganz gut allein, klar. Letzte Woche war er hier und schrie irgendwas von wegen Sentinel-Leuten auf seinem Land. Wir haben wohl ein paar Rehe, die er erlegt hat, mitgenommen. Seine Fallen zerstört. Und jetzt, diese Woche? Nichts. Samuel war schon immer cholerisch, aber im Moment? Ein falsches Wort zur falschen Person. Naja. Ich verstehe. Wo treibt er sich denn normalerweise rum? In der Gegend südöstlich von Garden Mangrove. Im nordöstlichen Teil von Gaia Arm. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich ihn finde. Super. Danke. So, der Samuel hat also kein Laut mehr von sich gegeben. Und wir sollen ihn finden. Natürlich. Weil wir natürlich die Einzigen sind, die das tun können. So ist das doch immer hier. So, Garden Mangrove in Sinking Country. Gut, das ist ein ganzes Stück. Da würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Ort des Geschehens. Wir sind jetzt ganz in der Nähe vom vermuteten Aufenthaltsort von Samuel. Und ganz offensichtlich läuft er auch ganz seelenruhig da oben auf diesem Felsen rum. Schauen wir doch mal, was der uns zu sagen hat. Ihm scheint es ja recht gut zu gehen. Wer sind Sie? Ich heiße Samuel. Gehören Sie zu den Selbstversorgern? Nicht ganz, aber ich bin auf Ihrer Seite. Was machen Sie hier draußen? Vor allem jagen. Sie bringen den Leuten Fleisch? Ich helfe hier und da. Wissen Sie, für einen Killer sind Sie echt laut. Ich hätte Sie in zehn Sekunden an einem dieser Bäume aufhängen können, wenn ich gewollt hätte. Hab heute Morgen wohl die falschen Schuhe angezogen. Hab gehört, Sie hätten ein Sentinel-Problem. Richtig gehört. Ich muss diese Fallen aufstellen, aber wenn wir einen Alarm von denen auslösen, nun, dann sind wir tot. Und davon erholt sich keiner. Wenn Sie die still und leise ausschalten könnten, kann ich meine Fallen auslegen. Treffen wir uns dann oben in meiner Hütte, wenn wir fertig sind? Sie ist in Sinking Country. Südlich von Mossy Pond. Westlich von Howard Port. Okay? Ja, geht klar. Oh, eine Stealth-Mission. Sowas hatten wir schon lange nicht mehr. Oh nein, Heli. Ich sollte diese Helikopter-Patrouillen echt deaktivieren, aber ich bin ja unbelehrbar. So, wo sollen wir die auslegen? Nein, hier soll nichts auslegen. Wir sollen nur die Sentinels töten. Man-Eater-Slow. Hier nördlich von uns, alles klar. Was meinst du? Komisch, dass... Ach, da wird es markiert. Wollte gerade schon sagen, komisch, dass es nicht markiert wird. Ich habe ja den geführten Modus aktiviert. Irgendwo dort müssten noch unser Boot stehen, mit dem wir ganz leise angekommen sind. Aber da ich eine Orientierungssinn wie ein Goldfisch habe... Ah, ne, doch, da ist es. Gut. Alles gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Kommen wir da hin, mit dem Boot? Natürlich nicht, aber wir können übersetzen. Fury fixet, Vasili, was los? Kommt ihr heute noch, oder? Oh. Ups. Das schneiden wir mal raus. Ne, tun wir nicht, aber... Oh mein Gott, wie empfindlich ist dieses Boot? Naja, dann eben ohne Boot. Dann gibt es eben eine Runde Schwimmen. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht entdeckt werden. Wir haben ja die Echelon-Klasse, deshalb zücke ich jetzt lieber mal die Pistole, denn dann hören wir zumindest, wenn wir kurz davor sind, entdeckt zu werden. Hier sind soweit noch keine Gegner in Sicht, aber es sind ja auch eigentlich noch 400 Meter. Meter, wollte ich gerade sagen. Ja, da sind schon zwei. Aber ich glaube nicht, dass die zur Quest gehören. Ja, absolut phänomenal. Die Sentinellen sind halt einfach phänomenal schlecht ausgebildet. Das ist eigentlich alles. Was haben wir denn? Irgendetwas Nützliches? Ja, vielleicht eine Blendgranate. Die könnte von Nutzen sein. Ich glaube, ich höre da vorne ein paar Outcasts oder Selbstversorger. Oh, oder Sentinellen. Okay, die gehören garantiert zur Quest, denn der Questmarker ist abgezischt. Ist verschwunden. Drei Stück hier, alles klar. Schauen wir mal, wo die sich rumtreiben. Einer hier. Ach, guck mal, ich kann die markieren. Mein Bereich ist sauber. Es sind aber nur zwei hier. Ich sitze hier ziemlich blöd für die Aufklärung. Kann hier einfach flankiert werden. Ich will jetzt aber keinen von denen ausschalten, bevor ich nicht den dritten auch gefunden habe. Ich hoffe, ich finde nichts. Ich habe noch drei Wochen übrig, dann bin ich weg. Ja, ich hoffe auch, du findest nichts. Heilige. Komm doch noch näher. Sag mal, wo ist denn dieser dritte Typ? Da habe ich was gehört. Da ist er. Oder war das der andere? Ach, meine Güte. Diese Seeluft ist Gift für meine Ausrüstung. Ich muss ständig alles sauber machen. Möglicherweise ist allen egal, was wir hier unten denken. Wie lange müssen wir da? Wie lange müssen wir da? Nummer zwei. Ach, es geht gar nicht um die Soldaten mit den dreien. Es geht um drei Trupps. Nicht um drei Soldaten. Alles klar. Also gibt es gar keinen dritten hier. Wir müssen alles nach Air Force absuchen. Wir müssen alles nach Air Force absuchen. Ich könnte jetzt in meiner Hütte sitzen, fernsehen. Häng über die Dach. Angriff! Das war knapp. Was haben wir hier? Jene Minimiste. Was ist drin in der Kiste? 500 Scale Credits. Sehr schön. Und noch ein bisschen anderer Kram. Biwak, bitte. Ist auch irgendwie komisch. Da kann man sich aussuchen, was man, welche Aufklärungsdaten man einsammeln will. Und wenn man die eine, eine Sorte ausgesucht hat, und dann klappt da einfach das Buch zu. Anstatt, dass er wieder einfach mal umblättert, damit man das andere auch noch nehmen kann. Naja, Gameplay. So, es scheinen wieder nur zwei zu sein. Also, gar kein Problem. Und ich dachte schon, ich muss hier den Synchronschuss, den Simultanschuss nutzen. Aber wenn es immer nur zwei sind, könnte ich theoretisch sogar im Nahkampf wegmachen. Moin! Richtig gut! Moin! Das waren alle drei. Und ein... Oh, nee, ne? Nein! Eine Asra-Eldrohne. Eine Asra-Eldrohne. Jetzt besser nicht entdecken lassen. Ja, Blitzmerker. Ich habe gesehen, es gibt neuerdings in Ubisoft Connect gibt es auch eine Statistik für getötete Wolves, wenn man gejagt wird. Also, wenn man von der Asra-Eldrohne entdeckt wurde. Die Asra-Eldrohne ist weit genug weg. So, gut, Asra-Eldrohne ist weit genug weg. Und jetzt weiter zu seinem... Zu seiner Hütte. Zu Samuels Hütte. Südlich vom Mossi-Pond. Zum vermosten Tümpel. Oder so. Ne, was ist ein Pond? Ein Tümpel. Ein Teich. Ein Teich ist ein Pond. Du siehst fertig aus, Boss. Trinkst du genug? Äh, jo. Schon lange nicht mehr. Ein Fahrzeug wäre ganz nett. Die wäre ich auch nicht so erschöpft. Da war eine Stimme. Irgendwo. Da. Drei sogar. Meine vierte Tour war die schlimmste. Oben im afghanischen Werbler. Wir greifen uns jeden Tag an. Nimm du den linken. Oh. Ich habe auf Versehen geklickt. Entschuldigung. Ich habe ihn auf Versehen erschossen. Tja. Wozu Voice Commands, wenn man auch selbst schießen kann? Alles gewohnt, chaotisch, auch im neuen Jahr. Noch 340 Meter. Ja, aber optisch ist das Spiel einfach, einfach schön. Vor allem mit meiner neuen Grafikkarte. Dass ich die Grafik wieder schön hochstellen konnte. Es ist zugegebenermaßen nicht ganz auf Maximum. Einfach, weil ich, äh, Frametrops vermeiden will, wenn viel los ist. Deswegen sind Schatten und sowas, vor allem die entfernten Schatten, nicht auf Ultra eingestellt. Oder auf Ultimativ. Da vorne laufen Sentinel rum. Was machen die denn da? Das ist doch Samuels Hütte, dachte ich. Oh. Krass. Der Typ ist durchgeknallter als ein neuer Speller. Durchgeknallter als ein neuer Speller. Da ist auch einer, alles klar. Wir müssen Samuel beschützen. Okay. Feuer auf mein Kommando. Roger, bewege mich zum Ziel. Ziel erfasst, bin bereit. Ziel auf den Kommando. Ich brauche freie Schusslinien. Schütze markieren. Bin unterwegs, Boss. Ich bin bereit, das Ziel auszuschalten. Prima, Fiori. Dann drei. Wo ist der andere da? Drei, zwei, eins. Feuer. Gut geschossen. Bereich gesäubert. Was haben wir denn da? Das gefällt mir gar nicht. Da haben wir einen kleinen Trupp Wulfs. Aber die sind weit genug weg. Aber die Drohne macht mir ein bisschen Sorgen. Jo, Samuel, war es wohl doch nicht so leise, wie du dachtest. Die haben sich ins Zeug gelegt, muss ich schon sagen. Ja, die haben wirklich alles versucht. Danke. Wie wäre es, wenn ich hier aufräume und Sie zu meinem Schuppen rüber gehen? Als Jägerkollege werden Sie sicher von meiner Sammlung beeindruckt sein. Ich habe alle Fallen selbst gebaut. Ich denke, Sie wissen solche Qualität zu schätzen. Vielen Dank auch, Samuel. Es wäre mir eine Ehre, Ihre Sammlung zu sehen. Da sind wir doch mal gespannt, was für tolle Fallen er so gebaut hat. Die Schlüsselkarte für seine Hütte. Ich glaube, dieses Fenster können wir aus irgendeinem Grund nicht. Da gibt es noch eine Kiste drin, wusste ich es doch. So, seine Hütte, seine Hütte ist da drüben. Das ist im Südwesten. Gut, alle bei mir, wunderbar. So, dann schauen. Geh doch rein. Ein paar Haufen Bier, ein bisschen... Was? Performance-Honig? Was? Ein paar Samen. Okay. Na gut, die Fallen sind da unten, alles klar. Schauen wir doch mal. Scheiße, war ja klar. Du musstest einfach ein Verrückter sein, was? Verdammt dunkel hier unten. Nun, also, der... Ja, er ist echt ein Verrückter. Ganz offensichtlich. Sie haben Semmel geholfen und wir haben die Farbe Marineblau erhalten. Ja, absolut ein Verrückter. Jetzt frage ich mich, hat er diese Wissenschaftler getötet? Oder sind das nur welche, die von Sentinel getötet wurden? Ich meine, auf seinem Tisch liegt ein Sentinel-Soldat, den er offenbar gefoltert hat. Oder hat er ihn gegessen? Was? Ich meine, wir haben hier eine Säge, einen Bohrer und einen Teller mit Essen. Und hier allerhand anderes Werkzeug. Zangen, Spatel, keine Ahnung, Spreizer oder was auch immer das ist. Kenne mich da nicht so aus. Und er liegt noch auf einer Machete. Ist aber nicht irgendwie offen. Hat nur die drei Schusswunden. Tja, ein Verrückter. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade mal zu ihm. Wow, was war das denn? Schauen wir mal, ob er noch da ist. Und dann würde ich sagen, befreien wir die Welt einfach noch von einem Verrückten. Falls er noch da sein sollte. Sollte. Wenn er schon weg ist, tja. Dann ist es halt so. Und ja, er ist weg. Gut. Noch eine Zange. Ja, das ist doch. Das ist keine Zange. Doch. Irgendwie eine sehr low-rest-Zange. Gut. Das war die erste Nebenmission des einen Hölle. Dann geht es in der nächsten Folge nächste Woche Mittwoch. Wieder gewohnt weiter mit der nächsten Mission. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Vielen Dank.